moin leute und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal heute habe ich für euch ein klassiker raketensortiment aus dem lidl für 9,99 euro das highspeed bombs wir haben hier acht wunderschöne raketen drin mit einem wunderschönen zerlegert zumindest die fünf oberen die drei unteren sind plöppis aber ihr werdet gleich sehen was das heißt wir haben hier beschrieben profi bomben raketensortiment eine gesamte nm befindet sich hier von 155 gramm drin und ja alle selbstverständlich mit zerleger richtig dicke raketen ich würde sagen die zünden wir jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel spaß leute so jetzt haben wir das highspeed bombs einmal aufreißen und einmal rutschütteln hier wunderbar oh eine rakete ohne stiel die lassen wir mal weg so und dann würde ich sagen füllen wir die mal in raketenstände auf und dann sehen wir uns gleich wieder so und dann würde ich sagen fangen wir mit den rebel raketen an wir haben hier eine rebel red green und noch mal wir sagen das sind wir jetzt erst mal red wunderschön dann die rebel green sehr schön so dann machen wir die igel und tiger rakete wunderschön und zu guter letzt die shark und alligator rakete richtig geiles set gibt die video daumen hoch bis zum nächsten Mal